Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter vor 8. Es gab heute immer mal wieder sonnige Abschnitte, vor allen Dingen im Westen Deutschlands. Nach Osten hin zogen letzte kompakte Wolken eines Regengebietes ab. Und hier sehen Sie nochmal dieses Sturmtief, das gestern ja über Europa für zum Teil verheerende Schäden gesorgt hat. Und auch bei uns gab es ja zum Teil starken Sturm. Dahinter aber lockerte es dann heute auf. Die Sonne war öfter mal dabei. Dementsprechend heute zum Beispiel in Zülpich, 8 Stunden 20 Minuten Sonne. Aschaustein, 41 Liter Regen pro Quadratmeter. Da verschwanden dann so mehr und mehr die Reste des Tiefs mit zum Teil auch noch kräftigem Regen. Nass wird es bei uns auch in den nächsten Tagen. Ein neues Tiefdruckgebiet schiebt sich heran. Und das wird vor allen Dingen über dem Mittelmeerraum wieder für zum Teil verheerende Überschwemmungen sorgen können. Korsika, da hat es ja beispielsweise sehr heftig geregnet und zwar von gestern Morgen bis heute Morgen. Auch dort in den nächsten Tagen, also bis Sonntag, weiterer kräftige Regenfälle. Dann von Slowenien, Kroatien runter bis nach Griechenland. Da zieht das Ganze dann am Sonntag hin. Ebenfalls nochmal heftiger Regen. Und da sind zum Teil wieder bis 200 Liter pro Quadratmeter möglich. Dort also kann es wieder zu schlimmen Überschwemmungen kommen. Das ist eine ganze Menge Regen. Erstens sehr feuchte Luft. Zweitens ist das Mittelmeer noch ziemlich warm. Dementsprechend kann es dort wirklich zu Überflutungen kommen. Bei uns dagegen in den höheren Lagen Schnee. Und das bedeutet vor allem in den westlichen Alpen, Sie sehen hier französische Alpen, dann bis in die Schweiz hinein, Österreich. Nach Westen hin können das in den nächsten Tagen bis zu einem Meter noch einmal werden. Da ist ja jetzt schon örtlich eine ganze Menge gefallen. Außerdem sinkt die Schneefallgrenze auf 1300 bis 1500 Meter. In der Nacht ist es bei uns an sich erstmal ruhig. Der letzte Regen zieht nach Osten ab. Dahinter lockert es auf, ist zum Teil sternenklar. Aus Südwesten kommen die Wolken des neuen Tiefs. Temperaturen am Alpenrand minus 1 Grad, leicht frostig, sonst 2 bis 9 Grad auf den Inseln in der Nordsee. Morgen Vormittag Sonne über der Osthälfte. Von Südwesten her macht sich Regen breit. Der zieht dann im Laufe des Nachmittags bis in die Mitte, kann auch mal etwas kräftiger schütten. Einzelne Gewitter sind Richtung Rheinland-Pfalz eingelagert. Die Temperaturen steigen auf 8 bis maximal 13 Grad. Und der Wind ist im Süden meist schwach. Nach Norden liegt er zu. Und vor allem an der Küste ist der frisch, zum Teil sogar stark in Richtung Nordseeküste. Stürmisch wird es am Sonntag vor allem in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Da sind Orkanböen, möglichst sonst Sturmböen im Südwesten. Immer mal wieder Schauer, maximal 15 Grad. Guten Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017